Hallo! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Die Chaos-Truppe ist vereint an der Nordschleife. Das ist wie ein Klassentreffen, oder? H&R-SILIP hat eingeladen und wir haben alle keine Ahnung, worum es geht. Fakt ist, wir sind seit gestern Abend hier und wollen eigentlich ein cooles Wochenende verbringen. Wir werden tolle Dinge sehen und erleben. Mehr kann ich nicht sagen. Hauptsache wir haben Spaß, das steht im Vordergrund. Werden wir mehr sehen oder erleben? Oder macht Max noch einen Ölwechsel und muss noch einen Crankup fixen? Alles. Während des Rennens. Ja gut, Tutti hat ja seinen F80 M3 gerade da am stehen und das heißt er kann da noch einen Crankup reindrücken. Wir werden viele coole Sachen erleben, sehr coole Sachen sehen und wir werden einfach maximal viel Spaß sein. Jetzt gerade ist Samstagvormittag, Rennen geht los wie immer 15.30 Uhr, ne? Ja, ist Startaufstellung. Und was machen wir jetzt als erstes? Jetzt gehen wir gerade nach BMW Motorsport und da erwartet uns was sehr geiles. Mehr kann ich nicht sagen. Aber deswegen ist Max auch dabei, ne? Deswegen ist Max mit Auto dabei. Wie war das? Welche Farbe habe ich gestern gesehen? Ist die Farbe da nicht gut ist? Ne, was ist denn gebrauchtet? Ach so, blau-weiß. Wie ist denn das wäre? Ja, geht auf jeden Fall geil. Witzig, ne? Ja. So, wir haben eine ganz coole Truppe dabei, aber dazu später mehr. Wobei, du kannst dich eigentlich mal kurz vorstellen, wer noch so mit dabei ist. Also, es ist dabei. Philipp Kess an meiner Seite, Max Pühl an meiner Seite, dann Lisa, Max Lebensgefährtin, dann haben wir dabei Murat Schollak, auch bekannt als Bones Hands, gerade auch RTL 2 Serie der Knochenknacker. Geil, werden wir noch eingerengt heute. Genau, werden wir eingerengt. Dann haben wir dabei unseren Comedian Tutti Tran mit Kumpel und Kameramann und ja, dein Bruder Juni ist noch dabei und es ist auch eine coole Truppe und dann viel Spaß. Okay. Ab zum BW, los geht's. Yes. Also, der Partybus ist unterwegs. In dem Fall nicht Partybus, sondern wir sitzen da erst mal hier nochmal. Wir haben gerade Schlangen gekündigt, wir haben euch Schlangen gekündigt, aber... Das ist Philipp Kess, man kennt ihn. Hallo. So, und hinten sitzt einmal der Jonathan Kess. Hallo. Thomas Tran alias Tutti Tran und Seki. Seki, wink mal. Hallo. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir freuen uns heute hier zu sein. Wir sind auf der Nordschleife. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg mit dem BMW X6 M und drehen mal eine Runde mit den anderen BMWs. Und so, genau. Wir sitzen in einem X6 M Competition und fahren jetzt im Autokor so über die Nordschleife mit. Warum? Wieso? Was halt warum? Wir haben ja eine sehr gute Beziehung zu Big Me Motorsport und der Joris war so cool und nett und hat gefragt, hey, wie viele Personen seid ihr? Ich sag, hey, wir haben auch besondere Gäste dabei und denen wollen wir was Schönes zeigen. Er sagt, weißt du was? Ich habe noch ein Auto frei. Wenn ihr noch ein M habt, bringt den mit und ich setze zehn Leute von euch in zwei Autos und ihr dürft beim Autokor so über die Nordschleife fahren. Und das tun wir jetzt. So, Safety Car. Wir haben alle einen stramm Fuß. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt eine Autokor so über die Nordschleife? Genau, richtig. Wir dürfen auf die Strecke. Wir dürfen von diesem Auto aus natürlich geführtes fahren. Das heißt, du darfst hier keine Hot-Lab drehen. Wir könnten natürlich in die Bild-Zeitung geraten, indem du dich einfach vom Autokor so abkoppelst und rechts vollgerast dann vorbei. Dann haben wir die schnellsten acht, neun, zehn Minuten unseres Lebens. Dafür ist wahrscheinlich auch dieser rote Knopf dahinter, ne? Den müssen wir doch einmal drücken, ne? Jawohl. So machen wir das. Ja, und genau, dann können wir vor allem das Interessante wird sein. Wir sehen das ganze geile Geschehen um die Strecke herum von der Strecke aus. Aber schon geil, während des 24 Stunden Rennen einfach selber auf der Strecke einmal zu fahren, ne? Weil man sieht ja selber, wie das an allen Ecken hier abgeregelt ist, wenn man wirklich nirgendwo im Ansatz auf die Strecke kommt. Genau. Und jetzt einfach hier eine Runde ballern. Ballern, falscher Ausdruck. Einfach eine Runde drehen, ne? Ja. Was sagt ihr hinten? Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns wirklich. Wir werden kribbelt schon alles. Wir freuen mich wirklich sehr, weil wir sitzen hier, wie gesagt, auch in einem Vierzylinder-Bitubo und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes für mich. Möchtest du es korrigieren, bevor du im Internet auseinandergenommen wirst? Ich möchte auseinandergenommen werden. Ich liebe nämlich ironische Beiträge. Und man weiß aber nicht, ob es jetzt gerade Stand-Up-Comedy einfach ist, ne? Ja, die Truppe ist cool und wir werden heute sehr viel Spaß haben und wir werden euch mitnehmen. Da steht aber immer noch Rack. Ne, der klopft geht auch nicht. Achso, also musst du das auch sagen. Äh, ja, ja. Du hast dich perfekt angemacht, weil gerade der Heli kommt. Ach, der schickt doch gleich wieder weg. Die werden wir noch ein paar mal hören hier heute. So, wir haben eine Person getroffen, die wollte dich unbedingt mal interviewen. Daniel, erstes Mal 24 Stunden reinführen. Äh, Wahnsinn. Wahnsinnsgefühl. So ein bisschen ist es aber, kennst du das, wenn du auf Instagram, du kennst das nicht, du bist seit Jahren verheiratet, aber kennst du das, wenn man auf Instagram mit einem hübschen Mädel schreibt und dann lernt das dann live kennen und dann sieht die ganz anders aus wie auf Instagram. So habe ich mich ein bisschen gefühlt, als ich die Woche hierher gekommen bin. Ja, das kenne ich tatsächlich. Ich habe zuerst so gedacht, alter Schwede, es ist irgendwie gar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Aber jetzt so langsam die letzten Tage kommt das Feeling so raus. Wobei du ja natürlich schon ein paar Mal bei 24 Stunden drin warst, nur als Fahrer bisher. Genau, als Fahrer bisher noch nicht. Es ist eine ganz andere Perspektive. Ich bin jetzt auch vorgestern die ersten Nachtrunden gefahren, haben wir auch gerade drüber gequatscht. Das ist, also man hat natürlich eine Vorstellung und dann bist du natürlich auch im Simulator schon mit der Jahrbrille und so nachts gefahren, um dir das mal anzupucken, wie sich das anfühlt und auch um dich selber zu testen, ob du die Strecke wirklich aus dem FF kennst. Aber wenn du dann im echten Auto sitzt und fährst hier nachts lang, du hast das Gefühl, du bist die Strecke noch nie gefahren. Das ist komplett anders. Das ist wirklich Wahnsinn. Das heißt, wie oft konntest du jetzt nachts schon testen hier? Gestern das erste Mal, oder wie? Ich bin eine Runde gefahren gestern, vorgestern. Eine Runde einfach nur, weil nicht mehr Zeit war? Also durfte jeder nur eine Runde fahren? Ja, wir sind ja vier Fahrer. Das Qualifying ist dreieinhalb Stunden gelaufen. Und da ich mittags nicht fahren konnte, weil abgebrochen wurde oder beziehungsweise weil es zu stark geregnet hat, es hat keinen Sinn gemacht zu fahren, wir konnten unsere Zeit nicht verbessern und du gehst ja ein Risiko ein. Also du musst halt immer abwägen, gerade als Teamchef, macht es Sinn, mit dem Auto jetzt nochmal rauszufahren? Ist es wichtiger, dass der Fahrer noch ein bisschen Zeit auf dem Auto hat? Oder ist es ein zu hohes Risiko, ihn jetzt rauszuschicken? Weil wenn du im Qualifying die Karre versenkst, dann fährst du gar kein Rennen. Deswegen kein Risiko eigentlich. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn das Ding im Qualifying kaputt geht, ist es wirklich feier? Ja, wenn du es noch reparieren kannst, dann geht es. Aber so ein Volleinschlag ist jetzt auch nicht so, dass hier jeder so viele Teile mit hat, dass man so ein Auto bekommt. Also wir haben tatsächlich noch ein Ersatzauto in der Werkstatt stehen, ein komplettes Auto als Teilespender. Das heißt, wir könnten notfalls in die Werkstatt fahren. Die ist nur 20 Minuten von hier. Und wirklich gefühlt alles aus dem Auto ins neue reinschrauben. Oder auch Sonderantrag stellen, glaube ich, auf Autotauschen. Das geht, glaube ich, auch. Das darfst du beim Rennen nicht mehr. Aber nach dem Qualifying darfst du es, glaube ich, noch. Aber das nagelt mich da nicht fest. Da bin ich nicht zu 100 Prozent sicher. Aber trotzdem ist das Risiko ja da. Du willst die Karre nicht im Qualifying versenken und du willst bis zum Rennen durchkommen. Und da wir mittags auf P1 gefahren sind in unserer Klasse, von unserer Zeit her, sind wir dann kein Risiko mehr eingegangen. Es gab keinen Grund mehr für uns rauszufahren, weil wir waren die Schnellsten in der Klasse. Und das Risiko einzugehen bei dem Wetter, weil die sind teilweise ja mit Warnblinker auf der Nordschleife umgefahren, mit 30 kmh, ging ja gar nichts mehr. Ich war im Auto, ich bin Konfri-Strecke losgefahren und ich war in der dritten Kurve und mein Teamchef hat gesagt, komm rein, die fahren da draußen mit Warnblinker, macht gar keinen Sinn. Und dadurch bin ich halt mittags gar nicht gefahren und dann bin ich im Q2 gestartet als Erster im Hellen, damit ich wenigstens noch zwei, drei Runden im Hellen überhaupt mal fahren kann mit dem Auto, weil wir auch ein paar Setupsachen geändert haben und ich mir das angucken wollte. Und dann sind erstmal die anderen Jungs gefahren und dann war am Schluss halt nur noch eine Runde nachts quasi dann rüber. Wie ist das jetzt, wenn ihr jetzt zum Rennen rausfährt? Ist da wirklich jede Runde Limit? Oder ist bei so einem 24-Stunden-Rennen so schon, dass du so ein bisschen speeder sausten? Nee, du fährst nicht am Limit. Also ich fahre, ich persönlich, das entscheidet jeder Fahrer natürlich für sich selber. Aber wir als Team haben auch schon zusammengesessen und natürlich ist dieser Leitspruch oder dieses Ding, mit dem du ins Rennen reingehst, durchkommen. Du willst ins Ziel fahren. Deswegen fährst du nicht am Limit, solange es noch um nichts geht. Also wir lassen uns immer ein bisschen Puffer zur Ideallinie oder beziehungsweise zum Streckenrand. Ich persönlich auf jeden Fall. Ich fahre nicht bis zum letzten Zentimeter ans Gras ran und sowas. Ich fahre, sage ich mal, 95 bis 98 Prozent. Aber da ist immer ein bisschen Puffer, gerade am Anfang, weil du willst erstmal den Start überleben. Dann willst du irgendwie durch die Nacht kommen und dann kannst du am Morgen mal gucken, wie steht um dich. Und macht Sinn, dass du jetzt anfängst zu pushen noch oder wie weit bist du vorne oder hinten. Und in Sekunden, wie viele sind das dann? Also angenommen, du fährst sonst so 9 Minuten so eine Runde. Das heißt, das sind eher schon so 15 Sekunden, die man da rauslässt oder 5 Sekunden? Ja, 15 bis 30 Sekunden würde ich sagen. Echt schon, doch so viel. Ja, also die guten Jungs bei uns auf dem Auto, die das Auto auch besser kennen als ich, die seit 3, 4 Jahren mit dem Auto fahren. Für die heißt, wenn die ein bisschen rausnehmen, 5, 6 Sekunden, 10 Sekunden maximal. Dann nehmen die ein bisschen was raus und fahren ein bisschen auf Nummer sicher. Für mich heißt das schon, also ich kann das nicht so extrem krass unterscheiden. Für mich heißt das schon so 15 Sekunden. Und gerade dann auch noch bei hell, dunkel, verschiedene Witterungsverhältnisse. Das ist halt Erfahrung. Das ist das, genau. Und die habe ich halt nicht. Ich fahre auf dem Auto jetzt das dritte Rennen. Bin noch keine einzige Runde im Regen gefahren. Davor nur Frontriebler. Das ist alles neu für mich. Und deswegen, ich bin auch im Team aktuell der Langsamste. Was für mich überhaupt nicht schlimm ist, weil ich halt einfach auch noch lernen muss und dann rankommen muss. So und für die anderen Jungs auch nicht. Dafür sind dann die zuständig, wenn es dann wirklich um heißen Brei geht. Dann mache ich auch lieber einen Rückzieher und sage, okay komm, ich lasse meinen Stint weg. Und sage zum Beispiel dem Carlo, fahr du, weil der ist mit dem Abschluss der Schnellsteil bei uns auf dem Auto. Wenn wir da wirklich immer noch auf P1 liegen sollten, nach irgendwie 20 Stunden oder so. Aber für mich ist das eine Erfüllung meines Traums. Und ich will einfach dabei sein und will das erleben und fahren. Und für mich geht es hier nicht darum, dass ich die beste Zeit in der Klasse fahre. Einmal kurz Handwechsel. Ne, ne, ach so, ich lasse das. So ist das auch gut hier. Ja, solange ich jetzt nicht irgendwie eine Minute langsamer fahre als alle anderen, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Weil eine Frage habe ich noch und zwar, wir haben es in einem oder anderen Video von dir schon gesehen, der Weg jetzt hierher. Weil du bist ja nicht der, ich sag jetzt mal, bezahlte Vollblutrennfahrer, sondern es war immer dein Traum hier heute zu fahren. So, und gerade 24 Stunden hört man ja immer viel, dass es gar nicht so einfach ist, hier überhaupt mitzufahren. Ne, also du musst schon ein paar Hürden überwinden, gerade so was Lizenzen und Permit angeht. Aber das ist auch eine Sache, die einfach mit Zeit verbunden ist, ja. Wenn du, sag ich mal, den finanziellen Background mitbringst und kannst in einem Jahr in ganz vielen Rennserien antreten und kannst einfach viel machen und fliegst im Winter vielleicht noch nach Dubai und fährst da noch 24 Stunden Rennen, weil du ja im Winter ja auch einfach die Temperaturen hast, um Rennen zu fahren, dann machst du innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr bist du ready für die Nordscheife. Aber wenn du jetzt quasi jetzt nur hier unterwegs bist und machst deine Lizenzen einfach in der RCN und so ein Kram, dann musst du schon so zwei bis drei Jahre einplanen, bis du nicht nur von den Lizenzen, sondern auch von deinem fahrerischen Können quasi an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt kann ich ins Auto steigen. Und wenn man jetzt mal nur eures ganzes Team mit dem einen Auto nimmt, was kostet 24 Stunden Rennen ungefähr? Für das ganze Team? Ja, also einfach nur so, weil es ist natürlich immer schwer, jetzt das auf dem Fahrrad zu rechnen oder so mit Sponsoren und so weiter. Also mit Catering, allem drum und dran, Wohnwagenstellplätze, Scooterschein, Lizenzen. Also den Scooterschein braucht man selbst für einen Scooterschein, dass man einen Fahrrad hat? Wir haben allein, glaube ich, 300 oder 400 Euro im Team ausgegeben für unsere Scooterscheine, damit wir überhaupt einen Scooterschein fahren. Das ist teilweise echt frech, was die. Dann würde ich tippen, wahrscheinlich, wenn man nix kaputt macht, wenn es ideal läuft, irgendwie so 300? Ne, weniger. Weniger schon? Ja, also ich würde sagen, so der komplette Aufriss mit allem drum und dran, bis jeder im Auto sitzt, fertig mit Klamotten, alles drum und dran, 120. Und dann kommt das Auto noch? So, also ich hatte jetzt schon so ein bisschen auch ein bisschen... Ohne die Kosten vom Auto an sich. Ja, ja, klar. Also dann vielleicht 200. Das Auto kostet, glaube ich, um die 80.000. Weil so viel an dem Auto ist ja... Das kann ja auch bei so 24 Stunden schon eine Hose gehen. Ja gut, wir sind natürlich versichert. Das heißt, wir zahlen dann nur eine Selbstbeteiligung, wenn wir irgendwie einplanken. Aber ich... Also mit dem Kaufpreis vom Auto würde ich sagen, kostet die Nummer 200. Krass, 120 sagst du. Da hätte ich aber tatsächlich sogar doch dann doch mehr gedacht. Wenn man es dann so betreibt, wirklich mit Catering, mit wahrscheinlich ihr und da... Wie viele neue Reifen werdet ihr alleine fahren? Boah, das kann ich nicht sagen. Viel, ne? Weil guck mal, so ein Slicks wird ja auch schon 2500, 3000 Euro. Das kommt natürlich auch aufs Wetter an. Je nach Temperatur, je nachdem wie viel es regnet und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel... Es regnet und wir machen einen Regenreifen drauf, ne? Und es lohnt sich strategisch nicht nochmal einen Boxenstopp zu machen, um ihn wieder aufs Flicks zu wechseln. Dann kannst du, wenn du mit so einem Regenreifen ein, zwei Runden trocken fährst, kannst du den wegschmeißen. Der ist so weich, der löst sich direkt auf und der ist dann danach im Arsch. Ne? Und dann kann es schon sein, wenn du jetzt die Wetterverhältnisse ständig hin und her wechseln, kann es schon sein, dass du mal easy so vier, fünf Satz Regenreifen einfach schrottest, ne? Fährst du lieber einen trockenen Regen? Trockenen, ja. Ich bin einfach zu wenig erfahren im Regen. Ich bin mal ein RZN-Rennen, drei Stunden Rennen im Regen gefahren, aber auf einem Frontantriebsauto, das kannst du null vergleichen. Das Gute ist bei so einem BMW, jetzt gerade wie wir fahren, der hat schon moderne Technik drin, also du kannst dann die Traktionsbetreuung zum Beispiel auch im mittleren Modus stellen, nicht komplett an, aber auch nicht komplett aus, dieser BMW-MWM-Modus. Das geht dann ganz gut im Nassen auch, das fühlt sich dann auch sicher an, aber das kostet natürlich Zeit, ne? Das ist dann einfach ein Sicherheitsfaktor, aber die Jungs, die im Nassen auch richtig schnell sind, die machen da natürlich auch dann Spezialeinstellungen für sich. Okay, ich drück dir ganz doll die Daumen. Ich danke dir. Ich hoffe, du kommst später unter Posten. Ich komm in der Nacht auf jeden Fall vorbei und will mal dabei sein, wenn du aussteigst, was du so erzählst. Ja, mach das gerne. Viel Glück. Danke dir. Oh, er sieht ja doch gleich. Alter, jetzt geht's ab hier. Jawoll. Geil. Und wie ist es? Oh, ein Bonamt richtig beim Schalten, ne? Ja. Also, macht euch übrigens keine Sorgen, ich kenn die Strecke nicht. Super! Alter, hier guck mal, wenn hier so doberfest ist. Guck mal, ne? Boah, die bauen aber auch hier Landschaften auf, das ist ja Wahnsinn. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, woher so die maximalen Camping-Hotspots sind. Ich fühlst du sogar richtig Puck, ey. Ich schmeck's richtig, ey, ich fühl's. Der wird jetzt voll durchgelebt. Der wird hier voll durchziehen. Kein. Also, ich wär für 10 Kilometer Spaß unseren Handschellen. Ja? Okay. Dafür wär ich jetzt, Alter. Ah ja, Brünnchen, jetzt geht's ab. Boah! An alle, die im Brünnchen sind, herzlichste Grüße, Philipp Hupmer. Also, Salem, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Oh, ich muss mal gucken, wo wir hinfahren. Ich hab jetzt wirklich eher so eine Kaffeefahrt erwartet. Also, uns wurde ja auch eigentlich eine Kaffeefahrt verkauft, haben sie ja ganz ehrlich gesagt, dass wir nicht ballern und schnell fahren, ne? Dafür waren wir jetzt aber doch stellenweise flott unterwegs, ne? Ja. So, dafür, dass wir eigentlich hier so mit drei Autolängen Abstand fahren sollten. Aber geisteskrank wirklich, was hier los ist, definitiv. Die Campingplätze sind so dermaßen voll. Ich bin gespannt, ob wir jetzt überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, hier zurückzukommen, weil zieht euch mal den Stor hier rüber an. Das ist wirklich. Und also, von meiner Seite aus, ich verstehe das vollkommen, wenn ihr in Nordschleifennähe wohnt, dass man hier jeden Nachmittag Tourifahrten ballert. Weil es ist einfach, es ist wirklich, kann man sagen, eine Landstraße mit ein paar Curbs, wo du mit deinen Kumpeln einfach ballern fährst und danach hoffentlich wieder nach Hause fährst, ne? Ja. Also, diesen Spirit, diesen Hype Nordschleife oder diesen Legenden-Status Nordschleife, das ist einfach berechtigt, das muss man einfach sagen, ne? Und es ist wirklich jetzt egal, wo man hinfährt, es ist einfach alles full, 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 full. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zurück. Wir fahren jetzt zurück, geben das Auto ab, fahren dann ins Fahrerlager, gehen mal in die Box von Müller Motorsport, wo die drei H&R Cup Porsche GT3 stehen, gucken auch mal bei Red Bull und Abt vorbei, zeigen euch ein paar coole Sachen und werden heute maximal viel Spaß haben. Wir gehen jetzt auf die Rennstrecke zur Startaufstellung, das heißt, alle Autos sind schon auf der Strecke positioniert und du siehst, die Zuschauer dürfen jetzt auf die Strecke und die Strecke ist maximal voll. Und dann müssen die Zuschauer gegen 15.30 Uhr wieder die Strecke verlassen und dann folgt um 15.40 Uhr die Einführungsrunde. Und dann schauen wir uns den Rennstart an. Geil! Da geht dein Herz auf, oder? Das Leben ist das hier sowas Geiles. Ich finde es aber auch richtig gut, ne? Ja. Diese Stimmung, die Menschen. Überleg dir, du hockst jetzt in der Karre drin und weißt genau, in fünf Minuten ist es richtig Rambatsamba. Ist los, ne? Fünf Minuten ist Vollgas. Würdest du lieber schrauben oder lieber fahren? Am besten fahren, wenn was kaputt geht, selber reparieren. Aber unfassbar, wo die ganzen Leute hier immer herkommen, ne? Ja. Wirklich komplett rankvoll. Auch schon so voll, dass eigentlich Filmen oder Autos gucken ist eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Weil es ja wirklich, also... Die Grüne sind alle voll. Ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass diesmal mehr Leute da sind als beim letzten Mal. Ja, also beim letzten Mal waren es ja schon über 300.000. Und der Zuspruch, dass es ja immer mehr zunimmt, ist ja da. Und das beweist es hier. Wir haben nicht das beste Wetter und trotzdem ist alles voll. Wir versuchen mal nach ganz vorne einmal zu kommen. Ja. Um uns einmal nach ganz vorne einmal anzukommen. Ja. Genau. So, hier haben wir jetzt die beiden Porsches. Von Milner Motorsports. Und das sind die beiden Porsches, die zu Haun her gehören. Milner Motorsports hatte dieses Jahr mit drei Kapaz-Buy-Porsches. Boah, der BMW fährt gleich rein, krass! Boah, der BMW fährt gleich rein, krass! Ja, aber guck mal, sie fängt ja gar nicht direkt in der Box fahren, oder? Was ist das jetzt? Mit dem Viertelbiss. 63 Grad. Das geht jetzt einfach 24 Stunden hoch. Was geil zu sehen war, ist wie wirklich alles vorne dabei war. Mercedes, Porsche, BMW, Audi, war komplett durchgemischt. Da kann man schon stolz drauf sein. Guck mal, da fahren auch richtig viele direkt in die Box. Aber dann muss es so nah sein, dass die alle direkt auch hinhalten. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Guck mal, hier ist schon ein krasser Unterschied für die erste Runde. So, wir sind jetzt bei Müllner Motorsport in der Box. Jetzt gibt es den gleichen Fahrerwechsel. Und? Wir machen mal den Stopp-O-Maten. Mal gucken, wie lange das Ganze dauert hier. Ich hoffe, das ist zu viel. Oh, jetzt geht's los. Das ist so gut. Das ist so gut. Alles gut. Oh, jetzt geht's. So, Zwischenstand. Solange er getankt wird, muss der Motor im Haus sein. Also, am längsten Dauer defizit das Tanken, ohne läuft der Rüssel immer noch. So, der erste Pferd. Das ist der zweite Pferd. Das ist chaotisch hier. Einleggen! 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 Schauber! Und gut! Und los! Schauber! Ja, da würde es auch mal ein bisschen chaotisch sein. So muss laufen. So muss laufen. So muss laufen. Ja, das ist so geistig. Vor allem, es war ja nicht so, dass hier das Rad abgemacht wurde. Aber es war einmal auf der Felge gefallen. So, was da rauskommt. Das ist halt so saftig. Diese Hektik und gleichzeitig diese Perfektion, gepaart mit diesem Dreck. Das ist so geil, ne? Emotion. Ja, ich glaube, wenn man da einen falschen Weg steht, dann fliegt es auch mal durch die ganze Ahle hier. Ich habe es schon gerade gesagt, Alter. Wenn ich der Mechaniker wäre und ein anderer Influencer würde ich sagen. 2 Minuten 47. Also, witzigerweise haben beide genau gleich reingebracht. Also, das wird die Mindestzeit sein, die sie wahrscheinlich machen müssen. Und schon war das 24-Stunden-Rennen vorbei, bevor es eigentlich losging. Ich nehme den Anlass mal, um zwei Videos in eins zu packen. Eigentlich wollten wir schon lange wieder ein Monats-Update-Video. Am ersten logischerweise machen, wie wir es immer machen. Jetzt habe ich aber gesagt, da in dem letzten Monat so wenig passiert ist und ich gerne noch ein paar Wörter zum 24-Stunden-Rennen sagen wollen würde, packen wir es einfach jetzt zusammen in ein Video. Ihr habt gerade das 24-Stunden-Rennen gesehen. Ich kann einfach nur sagen, wirklich coole Veranstaltung. Allerdings muss man sich ein bisschen eingrooven in dieses 24-Stunden-Rennen. Ihr wisst, ich bin eher mehr so der Techniker. Ich quatsche gerne mit den Leuten vom Team etc. Das geht natürlich am Samstag vor und während des Rennens wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Jeder von euch, der gerne so ein bisschen Tourenwagen-Legenden, die alten Klassiker etc. sehen will, im Einsatz sehen will und am Schrauben sehen will, sind Donnerstag, Freitag definitiv die besten Tage. Am besten dann nach Hause fahren, zu Hause das Handy einschalten, weil die YouTube-Übertragung vom 24-Stunden-Rennen ist wirklich einfach so geil und so perfekt auch mit der Kommentatorstimme und mit den verschiedenen Livestreams. Dass ich für meinen Teil sagen muss, war ein wirklich geiles Wochenende. Vielen, vielen Dank nochmal Salem und H&R für die Orga und das Einladen. Aber selbst wir sind ein bisschen rumgelaufen mit dem Handy und haben währenddessen den Livestream geguckt, weil sonst bekommt man auf der Rennstrecke einfach nichts mit. Ist halt leider so, muss man ganz ehrlich so sagen. Auf jeden Fall, wir sind gerade dabei stehen geblieben. Es ging in die Nacht, die Autos sind gefahren. Wir waren gerade Breitscheid und wollten ein bisschen im Dunkeln gucken. Wurde das Rennen abgebrochen wegen Nebel. Damals, zu dem Zeitpunkt, war auf der eigentlichen Nordschleife gar kein Nebel, sondern der Nebel war nur auf der Grand Prix Strecke. Und es kam auch gleich dazu die Aussage, bis morgen früh um 7 fährt die gar keiner mehr. Ich persönlich finde diese Entscheidung okay, weil so kann sich immerhin jeder aus dem Team, jeder Fahrer etc. darauf vorbereiten. Wir können schlafen gehen. Es wird vor 7 Uhr nicht losgehen. Und einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen. Also jede Stunde eine weitere Entscheidung aufzugreifen. Am nächsten Morgen ging es weiter. Wir konnten auch ausschlafen, schön frühstücken, auch ganz entspannt machen. Sind dann zum Restart. 13 Uhr, ein bisschen durch die Boxengasse. Also falsch, ich glaube seit 11 Uhr standen die Autos in der Boxengasse zum Restart. Für uns natürlich perfekt, konnten wir in Ruhe mal ein bisschen durchlaufen. Wir blenden mal 2-3 Sequenzen ein, wie heftig dort der Nebel war. Ich wollte es wirklich nicht glauben. Wir sind von hinten ins Fahrerlager rein. Und du hast das ganze Fahrerlager nicht gesehen. Es ist wirklich komplett neblig gewesen. Irgendwann kam die Durchsage, es gibt 5 Runden hinter dem Safety Car. Dann wird entschieden, ob es einen Restart gibt oder nicht. Ich war mir zu 99% sicher, dass es natürlich keinen Restart danach gibt. Weil ganz ehrlich, 5 Runden hinter dem Safety Car. Alle Autos sind kalt, alle Reifen sind kalt. Dass da nicht nochmal 1,5 Stunden Rennen gefahren wird, wo alles nur klein und kaputt gefahren wird, war mir irgendwie klar. Deswegen war es das von dem 24 Stunden Rennen. Das eigentliche Rennen war so, naja. Trotzdem immer wieder geil. Fakt ist, wie der Name schon sagt, 24 Stunden Rennen. Da wünscht man sich natürlich auch ein 24 Stunden Rennen und nicht ein 7 Stunden Rennen. An der Stelle auch am meisten ärgert es mich wirklich für Movo. Weil der Gute wollte das erste Mal 24 Stunden Rennen fahren und konnte tatsächlich keine Runde fahren. Wir haben ihn dann noch im Fahrerlager gesucht. Leider nicht gefunden. Aber es war folgendes. Der erste Fahrer hat leider mit dem Auto einen Unfall gebaut. Das Auto stand an so einer gefährlichen Stelle, dass es nicht zurück in die Box gebracht werden konnte. So lange bis es ein Code 60 gab. Also dass einfach an der Stelle langsam gefahren wird. Sodass die Rettungsfahrzeuge, also die Abschlepper das Auto bergen können. Und das Team in der Box das Auto heile machen konnten. Sie hätten jederzeit somit dann wieder ins Rennen einsteigen können. Diese Möglichkeit haben sie dann aber erst nach 7 Stunden bekommen. Und dann hätten es die Variante gegeben, das Auto über Nacht fertig zu machen und am nächsten Tag wieder mitfahren. Da haben sie sich dann aber entgegen entschieden und haben halt gesagt, wie es sich jetzt auch nachträglich gezeigt hat. Das bringt nichts, weil so werden sie 5 Runden hinter dem Safety Car der gefahren. Feierabend. Tut mir für Daniel unendlich leid, weil ich glaube einfach, dass natürlich die Enttäuschung tief sitzt in dem Moment, wenn man sich so lange auf ein 24 Stunden Rennen vorbereitet und dann nicht fahren kann. Aber ich denke, Movo wird es sportlich nehmen und freut sich wahrscheinlich so aufs nächste Jahr. So. Kurz zum Monatsupdate noch hinterher. Das wollte ich jetzt einfach nur ein paar Wörter noch sagen. Erstmal, was ist letzten Monat passiert? Eigentlich nicht viel. Deswegen habe ich auch nicht viel Inhalt für diesen Monatsupdate. Ich habe wirklich, wie ihr gesehen habt, die letzten drei Monate Vollgas an der neuen Halle gegeben. Wir sind eingezogen. Es ist wirklich geil geworden. Es geht jetzt da richtig los mit den Projekten etc. Und das hat natürlich auch einen Großteil meiner Zeit gekostet und bin umso begeisterter, dass wir jetzt bis auf ein paar Nuancen fertig sind. Das heißt, wir warten jetzt natürlich noch auf Thema Hebelbühnen und auf Thema Werkzeug. Da könnt ihr euch wahrscheinlich diesen Monat drauf freuen. Und dann geht es da auch so richtig los in der Halle. Außerdem wird es mit den Projekten weitergehen. Ich kann dazu schon mal sagen, es geht mit dem Abad massiv weiter, weil ich habe endlich mein Laderkrümmer Setup aus Italien bekommen. Da könnt ihr euch auf ein Video freuen, wie wir dieses neue Turbolader Setup an dem neuen Motor platzieren. Das heißt, wir fahren noch einmal zu Subi und machen den neuen Motor fertig. Wenn wir eh schon bei Subi sind, werden wir für Marius Golf den Motor fertig machen. Dieses Auto kriegt auch einen Upgrade Turbolader, wie das so häufig ist. Nix wildes, aber wir werden auf jeden Fall einmal zur Firma TTE fahren nach München und ein bisschen Turboladertechnik machen. Das heißt, es wird auf jeden Fall technisch mit ein bisschen Schrauber-Content. Ich kann schon mal verraten, dass wir an den Pflegezuständen unserer Fahrzeuge arbeiten. Da kommt auf jeden Fall auch was in der Richtung. Und es geht im Abad Innenraum weiter, wie ich in dem Heilenvideo auch schon angekündigt habe. Das ist das, was euch erwartet. Thema Limo muss als nächstes gemacht werden. Kabel bauen. Und das gehen wir auf jeden Fall auch noch an. Wie weit wir mit diesen drei Autos bis zu den PS-Days kommen, welche in vier Wochen ist. An der Stelle auch noch mal jeder, der Bock von euch hat, auf die PS-Days zu kommen. Ich glaube, fünfte, siebte bis siebte, siebte. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, Hannover, unsere Tuning-Messe. Rabattcode PK20. Ich kann es euch nur oft genug sagen, gibt es 20% Rabatt auf die Tickets. Weil, wenn man Geld sparen kann, solltet ihr dieses Geld auf jeden Fall mitnehmen. Und da ich ja vom ersten Tag an Supporter von dieser Messe bin, habe ich gesagt, ich brauche wieder einen Rabattcode für euch. Und 20% sind halt eben 20%. Auf jeden Fall, das könnt ihr euch schon mal für nächsten Monat vormerken. Fünfte bis siebte, siebte. Sechste, siebte abends gibt es wieder unsere große Party im Funpark. Für jeden, der kommen will. Ticketverkauf ist dort noch nicht online. Geht aber bald los. Werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Fakt ist, Tuning-Messe in Hannover. Es wird geben wieder die Showstrecke mit der Late Night. Monster Trucks gibt es dieses Jahr nicht. Dafür gibt es eine Drift-Area. Das heißt, es kommen wirklich gute, bekannte Drifter nach Hannover. Und klar, Sven Schulz sorgt wieder für feinste Fahrzeuge in der ganzen Halle. Das heißt, es kommt vorbei. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das Wetter wird auf jeden Fall mitspielen. Juli. Ich kenne kein Juli, wo das Wetter bei uns schlecht war. Das heißt, PSD ist in Hannover auf jeden Fall dabei sein. Ja, ein paar coole Sachen kommen noch. Weil wir werden auf jeden Fall noch zweimal verreisen in diesem Monat. Und ein bisschen externen Content aufnehmen. Die eine Sache geht gleich morgen los. Beziehungsweise, wenn dieses Video online geht, werden wir schon unterwegs sein. Hat was mit Audi zu tun. Hat was mit RS4 zu tun. Mehr dazu dann im Video. Wird auf jeden Fall auch eine geile Nummer. Denke ich mal. Wir werden auch was tun, was ich so noch nicht getan habe. Wieso? Aber dazu später mehr. Ja, weil jetzt muss ich dann in dem Video sagen, es gibt eine Chance, die hat man nicht alle Tage. Ich bin gespannt. Ja. 14.6. Für alle, die Bock haben, Rennstrecke zu fahren. Polybauer. Trackday. Oschersleben. Gibt es auch noch freie Plätze. Jeder von euch, der Bock hat, in Oschersleben ein bisschen mit uns rumzuballern auf Rennstrecke. 14.6. Habt ihr die Möglichkeit, in Oschersleben ein paar Runden zu drehen. Ich denke mal, Tom Schütze wird auch wieder am Start sein. Das heißt, der eine oder andere, den ihr so aus den Videos kennt, wird auch da sein. Niko wird sein Nissan wahrscheinlich ein bisschen rumbrüllen. Ja. Und ist wirklich für mich immer noch eines der besten Trackdays, weil es ist einfach familiär, es ist entspannt, es ist unverbindlich. Einfach fahren, Spaß haben, nicht lange warten, nicht lange anstehen, einfach einen geilen Tag haben. 23.6. Grip Event an der Nordschleife. Grip das Motor Event. Ist nicht unbedingt was für meine Follower, sondern natürlich was für die Grip Follower. Das heißt, dort haben die ganzen TV Zuschauer die Möglichkeit, mal zu einem Event zu kommen. Grip hängt sich da immer an andere Events, also man kann auch dort Rennstrecke fahren und und und. Das heißt, das ist wirklich auch einfach eine große Nummer mit vielen Zuschauern in Nürnberg. Ich glaube, so 10-15.000 Leute werden erwartet. Ist auch immer geil, alleine weil die sogenannten Gearheads, das heißt, die Autoverrückten können mit ihren Fahrzeugen ins Fahrerlager reinfahren und der ganze Platz im Fahrerlager ist voll von getunten Autos. Das kriegt Grip auch wirklich gut und stark hin, dass wirklich querbeet alles, was getunt ist, da auf einmal ist. Ist wirklich egal, ob japanisch, europäisch, amerikanisch, ist wirklich alles immer da. Also da kann ich euch nur als kleinen Event Guide empfehlen. Die beiden Dinger plus PS-Days im Juli und die Nummer läuft. Ja, kurz und knapp, 24-Stunden-Rennen, Monats-Update, es geht voran. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung zum 24-Stunden-Rennen in die Kommentare, weil krank wie viele Leute beim 24-Stunden-Rennen immer da sind. Wirklich, ich glaube 250.000 Leute, trotz des schlechten Wetters und den schlechten Bedingungen. Ja, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.